Du bist kein anderer Mensch geworden. Du hast dich nur ein bisschen verändert und ich will wissen, warum. Dana, ist du heute mit uns? Ja. Elisabeth, würdest du dir was ausmachen, den Platz zu wechseln? Das sind die Plätze des Familienoberhauptes. Und seiner Frau. Das freut mich. Schön. Sebastian, Ansgar hier. Ansgar? Wichtig ist nur, dass Alexa vor mir stellt und mir eine Pistole an den Kopf fällt. Sie will 10 Millionen für meine Freilassung. Ich will das Geld innerhalb der nächsten 12 Stunden. Keine Freiheit. Sebastian hat dich doch schon mal hängen lassen. Ich würde sagen, deine Chancen stehen so 50-50. Ja, und jetzt? Graben. Und schön tief. Dir geht's doch nicht, dass die Wildschweine dich ausbuddeln.